Ja, wir sind jetzt hier auf dem Gipfel des Leonhardsteins über dem schönen Tegernseer Tal. Sind von Kreuth aus aufgestiegen und sind noch ein bisschen winterliche Verhältnisse. Oben muss ein bisschen Schneefelder überqueren. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber sehr schöne Tour. Man wird mit einer vollen Aussicht belohnt über Tegernsee, Tegernseer Tal, Kreuth. Ich zeig's euch mal kurz. Da hinten ist der Tegernsee, herrliches Wetter heute. Da unten ist Kreuth, Bergsteigerdorf, da ging's heute los. Das Gipfelkreuz mit dem Detlef. Detlef winkt. Und da drüben sind Ross und Buchstein. Und eine schöne Rundumsicht, wunderbar.